Was ist die Frage nach dem Menschenbild ihrer Forschung? Gleichzeitig, und das ist dann doch der tiefere Aspekt, aber auch der Mensch, der sich bewusst Ziele setzt, die nicht zu seinem Vorlieben passen, die außer seiner Komfortzone liegen und für die er sich ganz besonders anstrengen muss, für die er auch Willenstärke aufbringen will. Das ist schon ein Mensch, der über sich hinaus wachsen will, der etwas erreichen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017